So, hallo, wir machen weiter. Bye. Super. Mario Maker 2. Ich hoffe diesmal ohne, dass es am Anfang komisch aussieht. Ich habe festgestellt, dass es jetzt in ein paar Parts passiert. Ich weiß mal nicht so ganz, woran es liegt. Dass am Anfang die Qualität schlechter ist, aber danach regelt es sich wieder. Das heißt, ich kann das auch schlecht irgendwie zurückkonvertieren, weil ich weiß nicht, was das ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich vielleicht zwischen den Parts zu schnell bin mit dem Neustarten der Aufnahme, während die alte noch irgendwie gerendert wird. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir machen weiter bei den Leveln von Alina. Ich will die jetzt noch fertig bekommen. So viele sind es nicht mehr, die uns fehlen. Naja, vielleicht doch. Aber gut, wir gucken mal. Vor allem sind es vielleicht sehr lange, aber wir haben ja schon gesehen, die Weltrekorde sind nicht so ganz ernst zu nehmen. Gucken wir mal. The way up and the way down are exactly the same, or maybe not. Okay. Gucken wir mal. Was sie uns da entgegenwirft. Okay, das ist das Ende. Jetzt geht es erstmal nach oben. Na gut, das ist schon mal nicht das gleiche, weil hier ist eine Tür und hier nicht. Edge. So. Aber ansonsten, nochmal mal gucken, was hier Sache ist. Gut, die bewegen sich natürlich auch nicht exakt identisch. Ist klar. Oh nein, ich muss da hoch. Okay. Dann muss ich da rein. Okay. Dann bin ich da. Dann bin ich da. Ach, ich kann das ja gar nicht in die Hand nehmen. Guten Morgen. Zack. Dann haben wir das einmal umgedreht. Und gehen wieder zurück. Okay. Wie hätte ich das denn jetzt finden sollen? Ich meine, ja, es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Ah. Doch. So, jetzt kann ich in die Tür oder auch nicht? Was ist in der Tür? Checkpoint? Oh. Nicht doof. Ich doof. Oh no. Oh miss. Rip. Ah, ich war zu schnell. Das kriege ich nicht mehr gerettet, oder? Nein. Ah, so ist so schon mal gar nicht. Vielleicht wäre ich schnell genug geworden. Ich glaube es aber nicht. Okay, von vorn. Zumindest den Anfang kennen wir jetzt ja schon. No. So. Dann haben wir den umgeswitcht. Wie ich hätte darauf kommen sollen, das weiß ich noch nicht. So, dann kriegen wir hier die erste Münze. Ja, jetzt ist es, jetzt ist es egal, jetzt bin ich groß. So. Es ist faktisch das gleiche Outcome. So, haben wir hier die zwei. Ah. Die zweite. Wow, nicht da rein. Sondern ich wollte den, okay, ich wollte den eigentlich mitnehmen, aber... Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, oh Gott, das will. Okay, kriege ich einen neuen... Ah, sehr schön. So, das geht immer abwechselnd, ja? Immer die Stufe und dann die Stufe. No. Oh no, da ist die... Oh no. Oh no, jetzt geht das andere hoch. Ich kriege... Ich bin nicht hoch. Ich bin nicht groß genug. Jetzt muss ich da einen... Sprung mit Anlauf hinkriegen. Oh nein! Oh nein! Oh, komm schon! Ah! Das sind aber bisher alles vermeidbare Fehler, die ich hier mache. Dafür sind wir jetzt noch einen Ticken schneller. Hey! Ich hoffe trotzdem, dass da demnächst ein Checkpoint kommt, da oben. Aber man sieht, ich muss groß bleiben, sonst komme ich da etwas problematisch nur noch an die Münze ran, nämlich gar nicht. Uah! Nicht schon wieder. Dann will ich hier vielleicht doch keinen Quatsch machen. Und das vorsichtig... Und das vorsichtig angehen. Oh. Na gut, aber jetzt kann ich durchlaufen. Ah, aber ich kann das hier machen. Aha. Oh nein! Geh weg da! Oh Gott, da hängt er sich da einfach... Oh mein Gott, jetzt wird's... Ah, ist natürlich jetzt auch wieder ungünstig. Okay. So, ich lass das jetzt mal noch. Weil... Das kann ich mir im Notfall dann noch holen, wenn hier was schief gehen sollte. Okay. Das war gar nicht die letzte übrigens. Bei meinem Pech brauche ich die Blume. Okay. Was soll hier eigentlich rauskommen? Was soll hier doch... Ach, der Schuh! Gut, den nehm ich auch gerne mit. Okay, jetzt muss ich ihn hergeben. Okay. What? Nein. Danke. Nicht, dass ich runterfalle. Checkpoint. Sehr schön. Ah, ja. So, und jetzt geht's wieder runter. Jetzt ist natürlich unten der On-Off-Verkehr drum. Muss ich jetzt hier nochmal rein? Meinst du, es ist ein anderer Raum? Klar. Aber was erwartet mich denn jetzt hier? Okay. Ah, ja. Wenn ich jetzt aber hier sterbe, kriege ich keine Blume mehr, ne? Aber ich käme wahrscheinlich wieder... Ja, ich wollte gerade sagen, ich käme wahrscheinlich wieder nach oben. Gott. Könnte mich hier die Blume wiederholen. Alles klar. So, und den Schlüssel brauche ich ja für unten. Oh, boop, 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 boop. Das hätte ich jetzt nicht öffnen sollen unbedingt. Aber ich kann's ja... Brauch's ja nicht unbedingt. So, ist hier was drin, was ich brauche? Mach boom. Mach boom. Ach so, hier wird der umgestellt. Na klar. Okay, alles klar. Und jetzt kann... Na, nicht wieder rein. Jetzt kann ich mich doch eigentlich fallen lassen. Jetzt lande ich doch dann unten. Na, jetzt ist alles gut. Wait, da war aber noch... Die Tür habe ich jetzt... Oh no. Ich brauche was, um hier durchz... Oh no. Da ist ein P-Switch drin. Oh nein. Jetzt habe ich es verhauen. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Doch, ich komme noch hoch. Dann muss hier ein P-Switch drin sein. Den ich aber ja nicht mitnehmen kann, oder? Ah, gut. Ach so, ich kann ihn aber drücken und er ist aktiv draußen. Hahaha. Schnell. Oh mein Gott. Oh, okay. Und jetzt komme ich hier rein und dann komme ich da raus und dann komme ich ins Ziel. Okay. War das jetzt schneller als Weltrekord? Ich glaube ja. Aber es... Man braucht eine Weile. Ja, doch. Es ist ein langes Lämmel. Oh, aber knapp. Der hatte auch irgendwas mit 4, ne? Ich glaube, der hatte auch irgendwas mit 4. Ich weiß es nicht mehr. Er braucht tatsächlich eine Weile, ja? Selbst wenn man es weiß, braucht man noch eine Weile. Gut, den Speedrun haben wir. Just a maze. Okay. Okay. Meet and Defeat the Enemy. Mal gucken. Okay. Wir gehen erst mal ganz unten rum. Das klang nicht richtig. Man könnte jetzt hier schon mal die anderen Münzen, aber gut. Was mache ich denn? So, es geht aber hier immer bisher nur... Also es geht immer nur ein Weg. Es sind also zwei Wege, die man aussuchen kann. Der ist auch falsch. Ich überlege gerade was. Ah, es reicht nicht. Verdammt. Hätte ich gleich gucken können, welcher auch falsch ist. Hätte nicht gereicht. Bei dem anderen wäre es vielleicht gegangen. So, dann haben wir also den hier noch zur... Ja gut, das sind die gleichen. Da trennt sich auch noch nichts. Hier trennt sich es jetzt. Ne, auch nicht. Auch das ist bisher eine einzige Möglichkeit. Hier trennt sich es nochmal auf. Okay. Da gibt es nochmal einen oben und einen unten. Und dann trennt sich es da nochmal auf. Ich glaube, wir haben gleich alle befunden. Aber jetzt... Ah, ich bin wieder nicht schnell... Ne, da bin ich nicht schnell genug oben. Das schaffe ich nicht. Das wäre so die Idee, ne? Okay, aber ich denke, dann weiß ich jetzt den richtigen Weg. Mal gucken. Ach, ne. Quatsch. So. Halt. Aber ich will diesmal oben weiterlaufen. Da dann nämlich. Aha. Ist das ein Indiz, dass wir richtig... Oh. Jeder Kasten wäre also falsch gewesen. Und wir haben das gleiche nochmal. Okay. Okay. So. Mehr Labyrinth. Und... Gut, das ist wahrscheinlich dann wieder falsch. Dann spare ich mir das jetzt. Wahrscheinlich ist jeder Kasten falsch, ne? Und das ist natürlich eine Röhre dann richtig. Das heißt, sobald ich einen Kasten sehe, gehe ich gar nicht erst weiter. Sehe ich das richtig? Ich hoffe ja. Okay. Okay. Und da unten ist die Röhre. Alles klar. Yes, sis. Okay. Oh, mein Hammer. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Kann ich ihn damit eigentlich auch bewerfen? Kann ich ihn damit eigentlich auch bewerfen? Nein. Oh Gott. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Oh, ich treffe kein einziges Mal. Jetzt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh, nice. Okay. Immer drauf. Okay. Sechs oder sieben Mal. Uff. Ah, und dann lande ich hier unten. Alles klar. Ne, kann man leider nicht den Weg sich hier nach unten vereinfachen. Sehe ich nicht. Aber den Weltrekord sehe ich. Denn wir wissen jetzt ja den Weg. Das werden wir einmal ausprobieren. 1,47 muss ich schlagen. 1,47 muss ich schlagen. Dabei mache ich am besten keinen Fehler. Wobei ich am längsten halt bei Bowser brauchen werde. Ach, komm schon. Ich will das so schön stylisch hoch und dann kriege ich es nicht hin. Wobei ich glaube, ein normaler Sprung ist besser. Ja. Definitiv. So, das ging oben rum. Und dann... Oh, ich habe es vergessen. Ich glaube, wieder oben rum. Nein, nicht da. Aber da, ja. Da ist richtig. Die Mönze brauchen wir nicht. Ab dafür. Oh nein, jetzt kommt die Bombe. Ah. Okay, läuft gut. Oh, es lief gut. Hopp, 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 hopp. So. Durch da. Äh. Nein, ich habe es vergessen. Nein, 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 nein. Das war falsch. Oh, verdammt. Ich habe es vergessen. Äh. Äh. Ich habe es vergessen. No, verdammt. Ich habe es vergessen. Scheiße. Ich habe es echt vergessen. Ich glaube, ich bin schon falsch, ne? Ich glaube, es geht schon gar nicht mehr. Nein, hier war die Röhre. Ja. Ah, verdammt. Äh, ein bisschen Zeitverlust. Ah, schade. Oh Mist. Ja, komm hierher. Komm hierher. Ja. Ja. Gut. Da habe ich Zeit verloren, weil ich Quatsch gemacht habe. Aber egal. So. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das reicht nicht. Ne, weil ich Quatsch gemacht habe. Naja, dann nicht. Nochmal gehe ich nicht durch. Muss ja nicht immer sein. So. Power-up-factory. Caution. The sky is not the limit. Die zwei haben wir noch. Dann haben wir es. 1,44. 4 von 54. Here you have to pay to get out. Okay. Das heißt Caution. Mal gucken. 250 Münzen. Alles klar. Deswegen you have to pay to get out. So. Erste Tür. Gib mir den... ...Pilz. Wow. Keiner verfehlt den Pilz so gut weh. Wait. Da ist erstmal eine Münze für mich. Ach so. Oh boy. Oh, das ist ganz schön... ...zacke hier. So. Ah. Oh. Oh, 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 oh. Nee. Blume. Die hole ich mir erstmal. Ah ja. Ah ja. Gott. Treffer versenkt. Okay. Dann der Flugpilz. Oh Gott. Ah, ich werde jetzt zwingend klein, ja. Aber man könnte durchrutschen. Aber man kriegt da dann eh den Pilz. Oh Gott. Da oben ist schon was, genau. Okay. Und dann hier wahrscheinlich irgendwie rüber. Ihhh. Das war kritisch. Ah ja. Jetzt wieder sowas hier. Okay. Gut. Der Stern ist ein bisschen netter als der Flugpilz. Ah. Habe ich jetzt nicht irgendwas übersehen? Ich habe was übersehen, na? Nein! Ich habe was übersehen. Mehreres. Oh Mist. Ich komme nicht mehr zurück vor allem, ne? Ah, kein Reset. Kein Reset möglich. Okay. Da stellt sich mir die erste Frage. Ist hier oben vielleicht direkt eine Münze? Okay, nein. Ganz so fies war sie dann nicht. Was ich natürlich überhaupt nicht genutzt habe, sind diese Röhren hier. Äh. Kann ich auch nicht nutzen. Okay. Also, auf geht's nochmal hier. Oh Gott. Das geht so schnell. Ah je. Jetzt habe ich einen Rhythmus. Jetzt habe ich einen Rhythmus raus. Okay. Oh no. Aber ich muss eh klein sein. Oh Gott. Nicht in die Feuer. Rein. Äh. Äh. Das war kritisch. Mal wieder. So, ich will mal gucken, ob hier oben. Scheint aber auch nicht der Fall zu sein, dass da drüben irgendwas ist. Ne. Ich glaube, weiter runterfallen muss man hier auch nicht. Das wäre komisch. Ich könnte mir vorstellen, dass man in die blaue Röhre rein muss. Aber nicht sicher. Nee, geht nicht. Okay. Oh. Wollte ich nicht. Ich wollte hier geduckt. Naja, dann halt nicht. Aber guck mal. Hier ist nämlich... ...ein Pfeil. Okay, da war eine Münze, die wir vorher nicht hatten. So, der ist wieder etwas kritischer. Oh Gott. Dann fehlt eine Münze noch. Ich hab ne Idee. Ich hab dann nämlich bei Bausi was gesehen. Erstmal gucken wir hier hoch. Nein, da ist nichts. Das wollte ich nicht. Ach, guck mal. Hier ist ne... Okay. Hat sich erledigt. Vorsichtig. Gut. Wenn ich schnell genug bin, renne ich noch durch Bowser durch. Heiß. Gut. Ich dachte, man muss hier hochfliegen bei Bowser. Da hätte ich auch noch Messer vermutet. Aber... Muss man nicht. Alles klar. Oh, ah. Wie hat der das denn gemacht? 50 Sekunden schneller. Wo habe ich denn so viel Zeit gelassen? Okay. Das ist ja interessant. Fira, please. Großartig. Großartig. Sehr gut. Ach Mensch, ich meine, man wird ja nicht am Anfang darauf hingewiesen. Aber okay. Sagt der, der ja sowieso immer alles übersieht. So, Sky is not the limit. Fun Street course, nothing extraordinary. Ist bisher auch erst einmal jemand geschafft. Na dann werden wir die zweite Person, die das jetzt hinkriegt. So. Guck gleich mal nach unten. Ich habe da schon eine Tür gesehen. Hat dies nur für ein Reset, oder was? Äh. Ach so, ja, für ein Reset. Sag ich ja. Sag, ach Gott. Sag. Ah. Äh. 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 Komm schon. Oh mein Gott. Okay, danke. Also, das ist die 50er Münze schon mal nicht wert. Oh Gott. Wo fährt das Ding hin? Hilfe. Ich will da rein. Lass mich da... Nein, nein. Oh, komm schon. Okay. 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 Okay, okay, okay. Lass mich da rein. Nein. Ich will da rein. Dankeschön. Shish. So, Sky. Ah, nice. Es gibt so wenig Level mit der Schwerkraft, ne? Es ist schön, dass die auch mal verwendet wird. Oh. Him. Hoppa. Hoppa. Und unten war wieder Resetto, hab ich schon gesehen. Sehr nett. Und wahrscheinlich auch notwendig. Ach, gucke mal, wer da uns begleitet. So. Tschüss. Oh, ich kann die ja mitnehmen. Stimmt. Will ich vielleicht gar nicht, weil der gleich rauskommt. Jetzt... Halt dich doch fest. Bäm, bä-däm. Hui. Oh, noch eins. So, die können mich mal... Oh, da rutsche ich jetzt mal so durch. Ah, nein. Ich hätte mich so gerne die Sterne geholt. Alina, please. Hast du jetzt echt jeden Block damit versehen? Oh, hätte ich jetzt die Shell dabei? Ach so. Dann könnte ich mir jetzt ja sogar den Stern holen, ne? Aber erst... Erst das hier. Nicht, dass das hier schief geht. Wait, ach so. Na ja, gut. Den Stern holen ist gar nicht so simpel. Weil dafür müsste ich jetzt jedes Mal hier... Oh, nee. Nee, das machen wir nicht. Dafür haben wir nicht die Zeit. Dann nehme ich mir zumindest einen Panzer mit. Ich muss nur aufpassen, wenn der rauskommt. Äh, runter oder hoch? Ich gehe direkt hoch. Hoppa! Das reicht aus. Ah, du nehmen mal mit. Äh... Ich weiß nicht, ob ich das wollte. Das war nicht gut. Oh Gott, das wird jetzt... Eventuell ein Problem. Okay. Ich glaube, ich habe ein bisschen was übersehen, weil ich teilweise ein paar Dinge nicht... ...genutzt habe. Aber gut. Oh, hi. Oh, hi. Ich muss den, glaube ich, besiegen. Das ist jetzt nicht so gut. Alles klar. Gut. Kriegen wir hin. Okay, da unten ist nur eine 50er Coin. Die brauchen wir nicht. Gut zu wissen. Da! Ah, der Sprung ist ein bisschen fes. Da habe ich vorhin gar nicht so Wahl genommen. So. Okay, direkt hoch. Ach, jetzt reicht das mit dem Schuh auch nicht mehr. Ah ja. Zumindest nicht auf Anhieb. Hoppa! Dann muss ich jetzt wahrscheinlich auch das so spielen, wie es gedacht ist. Ach so, ne, ja gut. Es ist... So viel anders haben wir es gar nicht gemacht, ne? Oha. Das kann man sich ja richtig verbauen. Oh boy. Alles klar. No. Oh gut, ich kriege ja gleich die Blume wieder. Stürbige! Das ist nicht so gut jetzt. So. Tschüss. Ach, geh weg. Ach, geh weg. Nice. Na, gehst du wohl in die Röhre? Gehst du wohl in die Röhre? Ah, was ein Bosskampf. Sehr schön. Okay. Aber ich glaube, einen Rekord haben wir nicht, weil wir einmal gestorben sind. Wobei die Person den ja auch nur einmal geschafft hat. Also hat die nur einmal gespielt. Oha. Nicht mal im Ansatz. Okay. Muss ja auch nicht sein. So. Also theoretisch... Habe ich hier schon gefolgt? Ups, wollte ich nicht. Falscher Knopf. Ich kann das immer nicht unterscheiden. Ah. So, aber da müsste doch eigentlich ihr Speedrun-Level noch dabei sein. Das mit dem Geister-Ding. Warum wird denn das nicht angezeigt? Hä? Muss es erst neu laden und dann sehe ich das. Hier, guck mal. Den meine ich. Das müsste auch bei ihren Leveln dabei stehen. Hä? Warum wird das denn da nicht angezeigt, als ihr neuestes... Hä? Kann man das auch irgendwie aktualisieren? Weil bei mir ist es anscheinend nicht aktualisiert. Und wenn ich hier aktualisiere, scheint es nicht zu reichen. Da aktualisiert er zwar das, aber nicht die Anzeige hier. Also manchmal verstehe ich den Maker nicht. Guck mal, das ist nicht da. Faszinierend, ne? Einfach faszinierend. Gut. Aber wie auch immer, das haben wir ja schon gespielt. Ach, komm, das machen wir schnell. Count hat geschrieben, dass sein Sohn... Äh, nein. Nein, nicht seiner. Nicht seiner. Der Sohn von der Bekannten. Entschuldigung. Der Sohn von der Bekannten. Hat ein Level gebaut. Und offensichtlich kann man es mit zwei Sekunden abschließen. Okay. Wie hat der Stand-up mit zwei Sekunden... Was? Was ist das? Kann man das in zwei Sekunden abschließen? What? What? Ah, durch ne Röhre. Das muss durch ne Röhre gehen. Oh mein Gott. Ich glaub, der Sohn mag Katzen. Also nicht seiner. Ist das gleich die Röhre hier? Ich komm nicht mehr rein. No. Dieses nicht. Dieses nicht. Dieses. Oh. Ich hab's geschafft, in dem Level zu sterben. Okay. So, schneller wird's nicht. Haben wir den Rekord? Weiß es nicht. Verdammt. Okay. Okay. Nein. Ich hab daneben gestinkst. Okay. Das war schneller, oder? Rüber rein. Schneller geht's nicht. Ich kann nicht schneller. Äh. Ich kann das nicht schneller. Wie soll das noch schneller gehen? Das sind jetzt wahrscheinlich die 316. Weil schneller wird's nicht. Yes! So. Den nimmt mir keiner mehr. Ach, schön. Gut. Ich hab ja, ich hab ja, ich hab ja ein bisschen Angst vor Decay-Level. Wollen wir vielleicht noch schnell... Ich weiß jetzt ja, wie das Level von Decay geht. Komm, wir gucken uns das nochmal an. Wir gucken uns das nochmal an. Der Teil mit den Wirbelwinden bleibt blöd. Daran ändert sich nichts. Aber... Wie soll man denn bei 499 da rankommen? Ist das zeitlich... Ah, ich bin doof. Ist das zeitlich echt drin? Hey, ich kann das bei 499 gar nicht aus, den Twakes. Du hast irgendwas von 499 geschrieben. Bis dann komm ich doch gar nicht da hin. Na egal. Aber ja, es soll ein Troll-Devil sein. Ich hab's verstanden. Das ist es. Oh mein Gott, ich bin doof. Das ist es auch, leider. Ach, Decay. Ich hab dir vertraut. So. Also beim dritten ungefähr kommt man ganz gut durch, haben wir festgestellt. Ach, Mann. Okay. Ah, jetzt sind wieder zwei aufeinander. Äh. Äh. Äh, es ist so janky. Was ist das? Nein. Das war nicht gut. Och. Komm schon. Ich, 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 ich muss nochmal lesen, was Twakes geschrieben hat, aber ich glaube, es war so ein 499 und in der Zeit komm ich doch gar nicht da hin. Vielleicht war es auch 94, keine Ahnung. Aber bei 94 passt's. Äh. Nein. Nein, spring doch! Du Nuss. Ich bin nicht zufrieden mit dem Setup, aber es könnte... Es hätte gehen können. Es ging aber nicht. Okay, jetzt sind mehrere hier unten. Das ist gut. Es könnte... Nicht tränen, Aue. Das ist das. Ich brauch dich mal. Nein. Jetzt geht er gerade rüber. Jetzt. Ah, das hätte passen können. Yes! Nein! Du dumm. Mann. Ah, falsch. Das ist wieder drei aufeinander. Ach! Dang it! Ja, gleiche Quatsch wie vorhin. Aber wir kommen irgendwann durch und dann... dann muss ich noch springen. Dann muss ich noch springen. weil dann habe ich die besseren Chancen. Ach, komm schon! Das war neu. Das habe ich noch bisher noch nie verhauen. Ah, warum habe ich das denn jetzt verhauen? Ärgerlich. Aber wir lassen uns einfach Zeit. Also... Alles gut. Nein, ich zweifelte zu ungeduldig. Ne, der war noch nicht fertig da unten. Ich hab's genau gesehen. Miest! Drei aufeinander. Nicht so optimal. Ja, das war schon ganz gut. Das nicht. Das war riskant. Das war doof. Das war auch nicht richtig. Upp. Nein. Mein Saal ist gut, solange ich nicht sterbe. Oh! Ich wurde reingetragen. Nein! Ihr Doofis! Wenn ihr mich schon rein... Oh, nein! Ach, algerlich. Also kann auch einfach reingetragen werden, ja? Mit ein bisschen Glück. Aber das war... Ich glaub, so viel Glück hab ich nicht mehr. Doofe Wirbelwinde. Ach, ja, genau. Mist. Okay. 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 Okay, ein bisschen mehr Wirbelwinde hier unten diesmal. Das ist ganz gut. Nice. So, jetzt. Nicht versauen. Was? Wie? Wie? Wie bin ich denn da jetzt durchgefallen? Ha! Warum? Wie bin ich denn da jetzt durchgefallen? Oh, komm schon. Ah, ich dachte, es wird. Aber es hat nicht gereicht. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Ich war schon kurz davor, wieder Pause zu drücken, um neu zu starten. War dann aber doch noch nicht notwendig. Ach, komm schon. Und das hätt's aber jetzt sein können. Nö! Puh! Was wollte ich sagen? Ach ja, Zombie hat... Äh, nicht Zombie. Nein, ich war drin. Oh. Äh, hier, Mr. Moorgame hat Decay's erstes Level gespielt. Das ist das Jump and Slide Level. Und, holy shit, hat er sich einbestimmt. Also, das kann man sich auch mal angucken. Das war lustig. Ich möchte ihn mal in diesem Level hier sehen. Ich will doch nur die eine neue Sache ausprobieren, die ich erfahren habe. Dafür muss ich aber erst mal wieder nach hinten kommen. Äh. Gibt's doch nicht. Yes. Yes. Nein! Nein! Warum? Ach, komm schon. Ich kündige. Seit wann verhaue ich denn diese Greifer? Das gibt's doch nicht. So, jetzt lassen wir die Pflanzen hier runterfallen. So, und jetzt ist es anscheinend hier über dem ein unsichtbarer Block, oder was? Oder so. Ach, da! Und wohin schieße ich den jetzt, dass hier alles richtig läuft? Einfach nur da unten hin? Oder wer kriegt jetzt auf die Mütze? Wo, 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 wo schieße ich den jetzt hin? Mist. Da nicht! Verdammt. Ja, wahrscheinlich da unten. Ah, Mann, ich dachte, es reicht, wenn die auf dem Screen sind. Scheiße. Ah, blöd. Naja, so doof, ne? Musst die dann da unten wahrscheinlich auslösen, aber... Ich hoffe, ich mach das dann richtig. Das bringt's grad überhaupt kein netter Wirbel, wenn es sind zwei aufeinander. Oh, Gott. Das heißt, während der eine umdreht und nach vorne geht, geht der andere schon wieder zurück. Ja, komm. Ist okay. Also, wie gesagt, hier kommt man irgendwie schneller durch, aber ich komme durch, von daher ist es okay. Dann ist mir das auch egal. Aber hier komme ich halt. Mal durch, mal nicht und... Ach, die Kay. So ist er nicht gesprungen. Nein, schlechte Idee. Schlechte Idee. Gute Idee. Schlechte Idee. Gut. Wir springen raus jetzt da. So. Holy moly. Okay. So. Neuer Anlauf. Keine Ahnung. Das schießt einen weg. Ich dachte, das haut mir jetzt weg. Ach so, und jetzt komme ich da... Oh, nee. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich denke, das ist so... Das ist so... Das ist so, dass ich da durchspringe, ist unfassbar. Das sind so viele, dass ich da durchspringe. Rüber! Bevor ihr die Horde kommt. Oh, mein Gott, ey. Vor allem, ich weiß halt nicht, wie der On-Off zu stehen hat. Ich wette, er ist ein Troll am Ende. Und der On-Off muss andersrum sein, wie auch immer ich ihn stellen werde. Wie auch immer ich ihn stellen werde, der On-Off muss sicherlich andersrum sein, wie ich es mache. Ich trau mich nicht. Oh Gott, viel zu spät. Äh, zu bald. Das Problem ist, ich muss auf jeden Fall mit anlaufen, ne? Ja. Kann ich den Pfeilen da trauen? Ich trau überhaupt hier nichts mehr. Ich trau hier überhaupt nichts mehr. Vielleicht muss ich auch nach da drüben. Ja, da drüben irgendwas? Ne, da drüben ist auch nichts. Nein! Und dann habe ich keinen Zeitdruck. Oh Gott, ey. Ich muss halt da oben drauf landen und dann werde ich, ich werde in Mancha landen. Wenn ich in Mancha lande, höre ich auf. Ich sag's euch. Waha! Wenn ich in Mancha lande, höre ich auf. Wenn ich von der Ganonenkugel erschossen werde, sehe ich das noch ein. Aber wenn ich in Mancha lande, höre ich auf. Wenn ich zu doof bin, da oben zu landen, dann habe ich keine Lust mehr. Nein! Mama. Ich will das nicht. Was ist ein Quatsch? Oh Gott! Mann! Nein! Nein! Ist das eigentlich getimed? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Nö! Mann! Nicht gut! Ach, ey. Das war so knapp gerade. Ich beiß mir gleich in den Hintern. Ach, Mann, die Kay. Hör doch auf. Nee. Ach, Gott. Nee. Ist doch doof. Nein. Das ist doof. Es haut dich hin. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Stopp. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Es geht schief. Ich weiß es. Ich trau dem überhaupt nicht. Oh. Okay. Dann off war richtig. Man muss nur rennen. Die Frage ist, wie lang muss man rennen? Nee, nee, nee. Ich hab keine Lust mehr. Nein. Soll jemand anders die Case Level schaffen? Ich bin's nicht. Nein, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.